Was für ein Mann ist er? Ich meine, außer, dass er hart und hübsch ist. Ein brillanter Bursche. Du bist ein seltsamer Junge. Er ist verdammt launisch. Voller Leidenschaft und Temperament. Nein, eigentlich nicht. Er ist ziemlich lang. Er ist zu hässlich für die Sünde und die bösartigste Kreatur, die ich je gesehen habe. Was er hatte, war nichts. Bleib, wo du bist, oder ich durchbohre dich. Ich warne euch, sie ist bissig wie ein Köter. Was sie wollte, war alles. Warum und wozu brauchst du noch mehr Land? Wurde doch schon halb Irland gehört. Du hast gesagt, du willst Land. Wenn du das wirklich willst, dann komm mit mir. Was sie suchten... Danke, Boy. Nämlich nicht, Boy. ...war ein Land groß genug für ihre Träume. Amerika. Ich hab's geschafft. Ich bin hier. Diese Männer hier, Shannon, sind Leute von meiner Art. Und meine Art hält nichts von Leuten deiner Art. Ihr habt Glück, wir hatten heute Morgen gerade wieder ein Selbstmord. Das hier ist euer Zimmer. Unser? Soll das heißen, wir sollen hier zusammen wohnen? Mit der hast du aber was am Hals. Füße an die Linie! Zeig ihn, Joseph! Du kannst dir dein Geld mit Boxen verdienen. Wenn er die Fäuste die ganze Nacht hochbringt, dann wird er auch noch was anderes hochbringen. Sehen wir uns morgen in der Kirche, wir beide? Das wär wirklich mal etwas ganz anderes, Grace. Für den Gottesdienst trägt sie ihren Busen aber zu hoch. Ach was, vor Gott sind alle Busen gleich. Ich glaube, ich liebe Amerika. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Ein Film von Ron Howard, zum ersten Mal im Super 70 Millimeter Format. Tom Cruise, Nicole Kidman, in einem fernen Land. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ein Film von Ron Howard, zum ersten Mal im Super 70 Millimeter. Untertitelung des ZDF, 2020